Also Partizipation heißt einfach aktiv zu sein, also jeder hat schon von Anfang an irgendwelche Weltvorstellungen oder Weltanschauungen und dann man sollte sich einfach anschauen, okay gibt es irgendwelche Organisation oder Partei, die einfach solche Werte vertritt. Wenn ja, dann kann man diese Organisation oder Partei direkt unterstützen, also zum Beispiel bei dem Einstieg oder bei der Mitorganisation oder kann man einfach die ausgewählte Partei wählen. Ich Ana, ich denke, ich bin ein paar Leute, die bei der Mitorganisation zu tun, Die Leitern.